war alle jungen wird für ein Auto ist dann außer äh wie heißt es außerhalb meines Hauses unterwegs also ich danach hab ich einfach gemacht hat das mit dem Stadt der Maltrop bei Farmland als Landspektrall als die Ahnung das hab ich vergessen zu machen das hab ich vergessen zu machen ähhhhh alter welcher Hurensohn hat sich dir ausgedacht da reichen sie 14 Abschluss mit einem LMG oder also am besten finde ich immer noch die Leute die ähm wo du im Auto sitzen musst und irgendwie raus also vom Auto aus schießen musst und jemanden töten musst also das müssen so Leute sein die das Spiel nie gespielt haben die solchen Scheiß da rein machen alter also ich hätte tatsächlich am besten gestern die Dings ausgewählt von wegen waren sie Abschüsse in ein Fahrzeug da hätte ich gestern zwei mit weg gemacht ja aber das ist ja nicht normal normalerweise gehen die davon aus du lehnst dich aus dem Fenster und schießt dann aber sobald du das Ding ist wenn du in dem Buggy sitzt wie ich und der Gegner der weiß ich nicht schmeißt die Blendgranate dagegen dann fliegt dir das Ding um die Ohren ja damit wir uns mal noch in die Ohren ich kann annehmen ja alle gelandet ja ja ich kann es annehmen ey das musst du dir so mal vorstellen so da klebt so kleine Blatt gerade die gibt dir einfach so mitten im Auto ein Headshot Junge du fliegst einfach komplett aus dem Auto raus okay gg hat nicht gezählt anscheinend ja musst du warten das dauert meistens noch ja das dauert nicht so lange äh Mais gesucht hier in der Nähe Enders hat oft gewartet mann was ist ich kann nicht durch das Fenster tut mir leid ich weiß es ist ne scheiß Spezialeinheit was denkst du denn nein nein das geht nicht das geht nicht das musst du für 12,99€ dazukaufen dass du durch Fenster springen kannst ne das war egal deswegen schieß ich seit der neuesten immer die Fenster durch ja aber das Fenster war ja schon kaputt aber mein Dickschädler hat trotzdem nicht durchgepasst hier ist Munition hmm mir kommt das irgendwie ganz äh bekannt vor die Position hier also ich muss also ich muss wirklich wenn ich Buggy fahre demnächst ich muss vorsichtig sein nachher kommt ein Steinschlag ins Fenster oder so und das fliegt dann auch schon kaputt Steinschlag rufen sie K-Class an keine Podokation jetzt ich wollt grad sagen keine Schleischwärmung hehehe hehehe kann gleich reparieren kann gleich taucht aus laut der lord hehehe oder hinten wurde ein Auftrag irgendwo gestartet also bist du weiter weg noch warum ist hier ein warum ist hier ein fetter schwarzer Truck bei uns am Auftrag weil ich den da hingestellt habe damit ihr Deckung habt warte dann würde ich den nehmen ich habe hier ein NP Jürgen der steht genau auf unserem Ding drauf also ich kann auch nicht hier drunter herkriechen ne lord josser kommt da noch zu dieser Kiste drinnen ja lord hat sauber geparkt und der hätte uns fast alle überfahren nur mal grad so nebenbei nein ich hol dir ein P nein so wo fahren wir jetzt hin Kinders keine Ahnung in Lampa war auf jeden Fall ein Alter könntest du aufhören hier zu irgendeinem Shop vielleicht achso entschuldige hallo so besser? nein ich will die Sachen haben kommst du mal mit Nils Nils komm mal mit ja warte ich will hier grad mal mir die Waffe ich kann mal grad zu Lampa ja ich komm mit warte ne es zeigen uns ja schon wieder auf hier Kinder ich verstehe das nicht wir haben Auto und ihr Lampa ja ich muss Lampa das sind wieder so Sachen und ihr macht Abitur ey äh wirklich nicht sowas was ist es will ihr da jetzt? keine Ahnung was will der Realschüler da drüben wir haben ein scheiß Auto hier steht und ihr lauft drüber Jungs also gar nicht hast du nicht gesehen was eben mit meinem Outrex passiert ist? ja du bist auch da mit nein schon mal was von Sport gehört wow ihr werdet nicht glauben wer der Auftrag ist ja da drüben ja mal was gesucht zeige ich ja und der haut jetzt ab ja und der fährt auch noch nein das macht keinen Sinn also ich kapier das Spiel momentan nicht warum es entweder ein halbes Jahr braucht bis es aktualisiert ist oder das hier nicht als Slumber gezählt worden ist kann mir das bitte mal jemand erzählen was? was will der jetzt? guck mal hier bitte so ne hier das Fenster ist kaputt oder? ja ich lauf wirklich mit voller Kraft dagegen nein es ist nicht nein es ist nicht jetzt ist es kaputt hä? bei mir war es die ganze Zeit schon kaputt nein kann mir jetzt aber bitte jemand erklären warum mein Outrex außerdem durch diese Fenster kannst du nicht steigen also durch die da nicht du kannst komischerweise nur die erst zerschießen du kannst nur durch die steigen die wirklich so breit sind die mit den Stangen in der Mitte da kannst du nicht durchbringen aus irgendeinem Grund du ignorierst mich doch halt komplett ja ich ignorier dich jetzt mit Absicht dankeschön warum mein scheiß Auftrag nicht zählt ja keine Ahnung frage Activision was können wir denn dafür du also Lord hat gerade den Auftrag angenommen warum zählt der nicht und warum hab ich bis jetzt eigentlich weil der abgeschlossen werden muss oder nicht nein muss er nicht das ist ja das lächerliche da dran vielleicht wenn das Ziel nicht in Lamba war das Activision das Activision ist das was sind wir denn hier sonst Robin wenn ich fragen darf was würdest du dort hier werden nein vielleicht für das Ziel nicht in äh das könnte sein weil das Ziel nicht in Lamba ist wow Junge wenn das wirklich so ist da können wir direkt wegschmeißen ey dann feindliche Moni ist dann wir Jungs auf muss Lauscher aufsperren ja ja wenn ich gleich umgeballert werde ihr wisst bescheid ne uuuuuh ich würd dir gern mal zu shoppen Junge nur Dreckswaffen findet man hier nur Dreckswaffen also ich hab ne Längder und ne epische die jemand angepingt hat hat die schon jemand die hab ich schon mal gesteelt ach ja shop immer noch äh ja da bewegt sich was wut ok ja 46 Meter äh jo ich muss grad grad meinen Controller auswechseln weil meine Batterien leer sind uff naja ich seh ihn da oben der Hampel da oben irgendjemand schießt der hat mich angeschossen ich geb ihn nur alter wo sitzt der denn als ob er mich hier treffen kann kann mich einer von euch holen vielleicht ich muss grad selbst gucken zwei Leute Shield Break ich geh ihn jetzt holen ihr geht weiter kämpfen oh jungs brauchen wir ein bisschen Hilfe hier äh tut mir leid ich komm down ah dann geht er genau da in die Deckung rein genau vor uns wo hat er ihn eigentlich gekriegt ja er ist ums Gebäude rumgerannt dort hat Shield bekommen von oben drauf snabbert immer noch einer aber ich hab auch einfach kein Glück aber ich hab auch einfach kein Glück ja wow wofür hab ich denn jetzt hier EP bekommen dafür dass ich ihm nen Kratzer gemacht hab oder wat ja aber eine Waffe dafür dass ich ihm nen Kratzer gemacht hab oder wat da muss noch einer da im Haus sein ja so ich hol mir jetzt seine persönliche Waffe ja der ist hier vorne ich bin tot sind zwei Stück drin leck mich doch ich verstehe auch nicht warum wir keinen Ausdruck zu Gold haben vielleicht weil wir damit vielleicht weil ich nen Lamba Auftrag gemacht ähm annehmen wollte den wir auch angenommen haben der nicht als Samba gezählt hat und dann wir da geblieben sind vielleicht deswegen ja wo kam eigentlich jetzt der zweite woher der nächste Shop ist alter was ist das für ne Scheiße ja man blöde Frage wo kam jetzt der zweite her wir haben doch drei von denen schon äh genockt ja keine Ahnung du weißt schon dass wir Vierer spielen ja das war eigentlich ich ich kapier's nicht also wo kam jetzt der auf einmal noch her ja ich frag mich wo die ihre persönlichen Waffen her haben haben sie die aus dem Arsch gezwungen oder wat ja richtig links 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 boom Junge weg der Kopf und du hattest hier eigentlich mit unserer Ausrüstungstruh wenn ich fragen darf wer hat die denn nicht so geistesbehindert hierhin platziert oh 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 ey die hat doch gar keiner hier platziert ja ich mein von Activision wer die da hingelegt hat du kannst übrigens wenn du in ein Gebäude reingehst oben drüber die Ausrüstungskiste holen ne also du sind ja ziemlich den Sticks versuchst ja guck mal so sehen die außen gold warte zeig mal zeig oh geil ey wow richtig die Würmer drinne ey das hat sich das Jahr richtig gelohnt ey 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 ja aber ich denk mal nicht viele Spiele haben die auf gold ich denk auch nicht dass das all zu schwer ist sie auf gold zu leveln oder doch äh shop wird schon mal aktiviert also Abschlüsse geduckt finde ich mit Messer und Sticks ekelhaft hier wurde ein Auto bewegt und hier ist ein shop drauf und da musst du dann alles drauf hinschmeißen dann muss ich nur Geld ja ja zum Glück war hier schon einer ja du warst das Glas oder? ja ja ok ich bin mittlerweile paranoid wenn es so weiter ein geht ich hab ne legendary Truhe gefunden naja ihr könnt einen wiederholen jo Robin kommst du mit zum shop? hm ich suche noch ein bisschen Ammunation sind wir nicht erstmal einen geholt und dann lootet einfach weiter dann könnt ihr beide auf einmal mitholen das ist dann Zeitmanage ja wie denn wenn hier alles schon weg ist ja aber könnt sich wenigstens einer noch könnt sich wenigstens einer noch äh ausrüstung holen du willst Geld? alles klar ich geb dir Geld jetzt trenne ich damit weg ja mh kannst du oben machen bringt ja viel bringt ja viel jetzt komm ich Drohne jetzt läuft er erstmal in die äh Zone rein ne ja wer will wer hat noch nicht wir sind außerhalb des Kampfgebietes sag was sag was sag was ja keine Ahnung ok zu spät ich hab jetzt den ersten genommen der oben war ja äh keiner redet ja jeder will frei werden ne aber nein aber niemand will auch doch der halt so unbedingt 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 will ich bin der der ex ja wow der will halt das egoistische Arschloch sein das recht sagt ja ja ich ne ich bin derjenige der nicht äh nein nein sagt aus dem Grund weil ich nicht sterben möchte ne jetzt guck mal das ist ne Idee das wurde auch anscheinend noch nicht gelootet können wir aber annehmen dann bleib ich mir hier stehen dann gucken wir doch uns direkt mal die Lacks hier an anscheinend wurde hier auch noch nicht gelootet wie komm ich denn hier runter hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir gerade Austausch ok danke langsam sollte man die Gebäude auch ein bisschen kennenlernen oder ach was da ist ne legendäre übrigens das ist mir bewusst die hab ich gesehen und du hast genügend Geld um mich jetzt wieder zu holen geh mal schnell zum Shop darüber ja ja oder wenn nicht dann gib mir das Geld dann fahr ich da hin ne dann kann ich nämlich nur meine Ausrüstung holen weil ich mal ein bisschen oder du gibst mir das Geld und ich investiere es in Drohnen warte hab mich schon ein Sturmgewehr aus der Truhe gezogen ja wow also legendäres Sturmgewehr habe ich gepinkt falls jemand haben möchte ah ne das ist ja eine MP das ich habe jetzt habe ich Sturm naja zugangskarte Jungs so wenn ich jetzt hier im Shop wow jetzt komme ich nicht mal gleich an die Ausrüstung dran was ist das denn für ein Bullshit wenn ich jetzt hier im Shop weggemacht werde bin ich akro ja Berlin komm beeil dich beeil dich beeil dich ich flieg da schnell rüber komm 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 so viel Zeitdruck meine Fresse aah flieg Junge flieg zieh oh gröste Jungs danke äh Gegner habt ihr angepingt da ist ein Gegner angepingt worden von Ender von Ender da tut sich was ja da ist Ender ja da ist Ender ich habe keine Munition fuck die kommen zu uns die kommen zu uns die ficken wir ich habe zu wenig Munition für den Fight einer ist genockt der andere hat gut kassiert schon das sind die von eben das sind die von eben der Clan Tag das sind die von eben macht sie weg bitte den einen habe ich der killt sie einen habe ich tot einer ist tot aber er ist still alive jemand also von denen vielleicht braun die sich jetzt nicht mehr also von also von einer von denen ist still alive die anderen beiden nicht mehr so ne 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 der sitzt hier hinter dem Stein den ficken wir den ficken wir den ficken wir den holen wir den holen wir da muss noch einer am leben sein ich habe gerade den getötet und der ist nicht direkt down gewesen vielleicht haben die noch gulag ja ne ne dann müsste der ja sofort gestorben sein der müsste trotzdem gestorben sein oder vielleicht ist der eine schon aus dem gulag free und deswegen lebt da noch einer ich hole jetzt einfach mal eine drohne einfach weil wir das geld haben oder ja ja ich habe mir auch schon mittlerweile selbst hier gegönnt die wichser von eben ja dann kann ich auch noch mal eine drohne kaufen als vorrat stimmt eine drohne wäre auch nicht das schlechteste so ich droppe mein geld mal hin ok falls noch irgendwer was braucht ich könnte theoretisch noch mal ausrüstung kaufen ja wollen wir jetzt nicht mehr doch oder doch jetzt nicht mehr ich gebe euch mal mein geld vielleicht finden wir ja noch irgendwo was ok jetzt nicht mehr jungs was habt ihr jetzt wofür was habt ihr jetzt wieder wofür habt ihr jetzt wieder Geld ausgegeben wo drohne ihr hattet doch jeweils ne drohne oder nicht nein nein die einen habe ich gerade rausgeballert um zu gucken wo der andere Typ ist ach wow alter und ich habe kein Netflix rum und ich habe kein Netflix rum ja ich habe mal ein bisschen an mich gedacht ja ja das ist ja auch mein geld ich darf auch davon was haben ja das ist gut self-provide finde ich so wichtig das sind so grundlegende Dinge das sind so grundbedürfnisse ja ja self-provide ist so meistgesuchtes vor uns aufgetaucht den fick ich komm denn nur mir mit den Sticks auf geht's das will ich sehen das will ich sehen das will ich sehen wow dann lauf mal jung nimm mal die Beine in die Hand rechts wird geschossen Hilfe ist mir egal lauf wir geradeaus weiter oh bedrohung wird größer interesting bedrohung wird wieder niedriger ja wie schnell läuft der denn mein gott Junge bleib stehen dieser wichser ey der Hund soll stehen bleiben echt ja gott vier Deppen laufen einem hinterher und dann dreht er sich um und gibt uns ne klatsche was ist denn jetzt so ein kleines bisschen den Weg abzuschneiden ich versuche mit den Sticks zu holen wünsche ich mir Glück Junge der klettert grad nein der klettert hoch nein der klettert hoch er ist oben er hat schon mal Hits von mir kassiert wenn der runter springt dann der ist runter gesprungen nice bin nicht wir können uns lautart holen nice du musst immer recht sein da ist unser loadout aber mein Prezi war schon mal gut ne oh nice gell money 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 auch nice ich hab ihn ja gott sei dank auch schon mal 1,2 mal angehltet wir haben noch nicht genug wir haben noch nicht genug Leute ey Jungs ich hol mal Estazination an weiterhaltet ihr davon ja 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 mach mal nice wo ist er denn naja in der Minute 25 haben wir genug ja würde ich jetzt ja ja aber so lange warten wir doch hier nicht oder oder doch äh die Zone schneidet ihr schon die Zone ist schneller wir haben doch genug ja guck mal die Zone an könnt ihr nicht rechnen 1300 plus 1800 ich hab hier noch was geholfen ich hab hier noch was geholfen plus 7000 noch was ergibt mehr als 10.000 nur mal ein paar zu nehmen Ender nice jungen money 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 jungs wir müssen jetzt mal Geld bekommen Achtung da Kopfgeld kommt nicht nur da die Zone ja Kopfgeld wurde grad hier kopfst du? 2,6 schnell 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 die Zone 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 ja ich lauf schnell ist die nicht hier sind wir während der Zone hier würde ich zünden ja vielleicht irgendwo zwischen den Containern damit sie nicht so unauffällig ist ja lass mal ein Stück hier rüber noch ja schmeißt du rein alles klar dann würde ich aber sagen Versuch nicht drauf zu gehen ne so gehen wir mal meine Sniper ja dann ficken wir die erstmal da drüben heißt die ist meine Granaten eingepackt ich nicht ich bin entschuldig ja die werden automatisch übrigens aufgesammelt ne ich weiß aber wo sind meine Nährungsminen ja die hab ich jetzt ich hab können weil die ich drüber kauf ne ist egal Steal vom Feinsten ey ich hätte gern ein bisschen Munition aber egal weiss schon was brauchst du ja stimmt Munition ich kann selbst nix geben ja ne alles in Ordnung am Shop wurde grad einer wieder geholt am Shop wurde grad jemand wieder geholt was Munition angeht ist alles in Ordnung an sich aber ein bisschen mehr kann halt nix äh links 13 Meter 24 Meter direkt hier links irgendwo bei mir ein Meter hä ach lol der ist über mir da oben der fliegt da rüber gut hä wo ja ist gut ist gut die sind äh lass uns auf die drinnen konzentrieren der ist weg ja die campen da oben ja ich glaube es ist das da machts eigentlich keinen Sinn da jetzt ne fein zu bauen naja er geht da nicht rein doch ich schmeiß da ne Semtex rein dann haben die da ihre ich hab WP bekommen für irgendwas ja hast du irgendwas von denen kaputt gemacht links sitzt einer K.O. einer ist K.O. ja eliminiert wow direkt vor mir 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 ne 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 nicht sterben wo 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 ich bin oben ich bin oben abgeschlossen nice nice warte ich rette ich äh belebe dich wieder ich werde angehittet Tür zu Tür zu Tür zu ich kann ja komm rein wir werden hier abgesniped komm rein komm rein oder du hast einer Platten ich geh beim Grab beim Shop ich hol Platten mit ich hab Platten dabei wer will braucht Platten wer braucht Platten wer braucht Platten wer braucht Platten ähhh ich hab 3 auf Reservo noch ich hätt gern Munizium mal ich spinn und selbst hier nochmal ich geh grad selbst hier besorgen für mich ja Au lol Au lol uff Jungs Feindliche Drohne über uns Der Feind nähert sich Hat noch wer gedroppt? Bei uns ist es wer Bei uns im Haus Unten Haus? Ich bin unten Ich bin auch unten Ja, da unten irgendwo Der sitzt hier unten nicht Ja, dann stehen die draußen irgendwo Ja Wo, wo, wo? Loy Was für ein Arschloch Naja, den haben wir Muss noch irgendwo einer sein Noch einer Waren zwei, ne? Soll ich Drohne machen? Dann können wir nochmal sehen Mach mal Drohne, ja Ist keiner mehr Okay Ich mach nochmal Platten Hat einer Warum noch jemand Self-Revive? Nee Äh Ender braucht Aber hat genug Ja In Dawnhorn wird übelst heftig gefightet Ich brauchte Munition tatsächlich Unteres Kaliber Das wäre nicht schlecht Da kommt gleich einer Ich werde von links angeschossen Von Downtown aus Zusammenbleiben Hinter uns ist auch noch wer Hast du Munition irgendwo hingetroppt? Nee, noch nicht Soll ich hier drin? Lass mal, ich schmeiß drin Komm Ja Vorne irgendwer weggesnackt wird Bitte Liegt Nice Danke Nice Ich hätte angeschossen Aus, 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 aus Zwei Stück Nice Noch Willst du mich verarschen, Österreicher? Noch einer, noch einer Der hielt gerade, der hielt gerade Jungs Rechts, rechts, rechts Jetzt sind es wieder zwei Jetzt sind es wieder zwei Hier vorne ist einer Ja Ich bin tot Mich müsst ihr wieder Bilden Same Bin auch dran Fuck Ich hab kein Geld Äh, einen könnt ihr holen Ich hab Geld Da ist noch einer Über euch Alter, fackelt auf Wo? Oben, oben Schmeiß zusammen, holt schnell einen Jungs Ja Lasst den, lasst den, lasst den Zeit, rennt Es liegt Jungs, was macht ihr denn? Was macht ihr, Jungs? Eieiei Hab ihn Egal, wer wiedergeholt wird, gut Oh, Ehre Kommt die Zone schon? Ja, die Zone kommt schon Kommt, Zone kommt Scheiß, Dreck Ich kriege meine Waffen nicht Fuck Gib mir irgendwas, gib mir was Ich wurde von irgendwo angeschossen Von draußen Er draußen Alter, ist das doch schlecht Das ist beschissen Man kann nicht Platten anziehen Während man draußen in der Zone ist Das ist mir neu Wenn man in der Gaszone ist, kann man keine Platten anziehen Okay, krass Wow Vielleicht mit Gasmaske, aber ohne nicht Jungs, das macht ihr auch ohne mich, oder? Ich weiß es nicht Ich werde irgendwo von links angeschossen Drei Leute Drei Leute Drei Leute Esel zu dritt Derteil ist acht Derteil ist Drei auf acht Ich sehe schon von dieser Seite Es sind ungefähr drei Leute pro Team Okay, ich bin irgendwo angeschossen Aber ich sehe niemanden Das sind ungefähr drei Leute pro Team jeweils Ja, der will mich kriegen Ich werde von Granaten Ich werde gerade gekillt Weniger als zehn Du hast es fast geschafft Das sind sieben Theoretisch Ein Reiß, 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 reiß Da kommt einer Schönender Ich habe nichts zum hochschmeißen Ja, du hast ihn nicht gekriegt Aber du hast ihn Gott sei Dank früh genug gesehen Ich weiß, ich bin nicht noch drin Hier wird irgendwer geradzt Du bist noch drin, Ender Du bist noch drin Ich werde zu hindern, ich hier auch drin bleib Ihr seid das einzige Dreierteam theoretisch Da oben sind welche drinnen Steht da Schön Ender Sauber Ah ne, war Matthias Oh, Junge Da oben kommen noch welche gleich Die sind da drinnen Die sind im Gebäude drinnen Ein Dreierteam, ein Zweierteam Vor mir Einer ist genockt Ein Dreierteam, ein Zweierteam Jungs Wir haben einen langen Weg vor uns Den Weg vor uns Tot Nice, nice Bei mir hier rechts Oh, kacke Tot Scheiße Fuck Ja, wow Das war das letzte Team Das war nur noch ein Zweierteam Wenn ich das richtig gesehen habe Ja, guck mal wie OP die ISO einfach ist Sie haut mich einfach komplett um aus dem Leben Mit drei Schildblatt Hm Ja, ich finde es gut, ich kann nichts machen Aber gut Ich kann mir das Spiel verlassen Ich kann noch neu starten Wir müssen uns das jetzt geben Jungs Wir müssen uns das jetzt angucken Dankeschön dafür, COD Ja, ich kann noch mal hier Ich kann noch mal hier Ich kann noch mal hier